Hallo Leute, herzlich willkommen bei unserem Pinkmai Pellmobil. Genau, heute möchten wir euch einen Rundgang machen von unserem Haus, weil wir haben viel für die Sommerdeko gemacht. Heute ist endlich Mai, also der zweite oder dritte. Und in 20 Tagen hat die Lara Geburtstag, am 25. Mai und die wird neun Jahre alt und ist in die zweite Klasse, äh in die dritte Klasse. Los geht's. Hier ist unsere Terrasse. Hier haben wir Stühle, Tische und Mülleimer und das Kinderwagen von wem? Anna. Hier ist unser S-Bereich, das Eingang, das Wohnzimmer. Hier ist die Küche. X, D, A, A, A. Hier ist mein und Mamas Zimmer. Kurz zur Info. Meine Mama schläft nur hier durch Sicherheit, weil ich sehr Angst habe, im Dunkeln allein zu schlafen. Deswegen ist nur ihr Bett da. Ihren Schminktisch ist im Wohnzimmer. Sonst ist das gleiche ganze Meilenzimmer. Schaut! Also, das ist von Mama das Bett. Ups, ich bin runtergefallen. Hier geht's nach oben. Ja, tada. Jetzt das Zimmer von Lara. Das erklärt Lara euch alleine. Also Leute, das ist mein Zimmer. Hier ist mein Bett und hier seht ihr, dass es ein bisschen neue Deko gibt. Das ist also etwas für den Sommer, nämlich Blumen. Das gehört zum Sommer hin. Mein Nachttisch, ich habe sogar ein eigenes Wohnzimmer. Und ja, und das ist mein Aufnehmenstudio. Genau. Genau. Jetzt das riesige Badesimmer. Das ist das Badeschimmer. Das Luxushaus. Luxus-Badesimmer. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Abonnieren, Glocke aktivieren, Kommentare. Tschüss. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye.